war es selbstverständlich die Einladung von Berti Vogts anzunehmen nach der Absage des Leipziger Spiels. Und die erste Chance für Völler! 1 zu 0! Nach 28 Sekunden macht Rudi Völler sein 40. Länderspieltor. Hier sehen Sie den Pass von Dinsmann. Und Martin Brunner vom Meister- und Pokalsieger Grashoppers zum ersten Mal geschlagen. Schöner Pass in die Tiefe, wie man hier sieht. Und dann der Rudi lässt sich im Tor keine Chance. Das ist natürlich ein Start nach Maß.